hallo 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 hier ist ein neues video von shoki banoki mit reaction schonungslos daniel und sashi wir reagieren heute auf in scope 21 reimen heißt das video gucken wir uns nach dem intro mal an und dann sehen wir weiter schleimen reimen reimen sich auf reimen also guck mal hier shoki banoki reaction reimen so geht das video hier los in scope 24 hallo hallo zeig dich was ist jetzt los irgendwas geht nicht doch jetzt geht es also reimen in scope 21 heißt der kanal und reimen ist das video gucken wir mal was da jetzt so gemacht wird auf geht die nachfolgende sendung ist nicht für zuschauer ohne weißen schnee geeignet also wenn die wenn du so eine so eine vorankündigung da muss ja auch ein knaller kommen also wenn es heißt so nur mit humor geeignet dann bin ich ja ich mal gespannt dass sie jetzt da raushauen immer so nebenbei bin schon wieder skeptisch hier ja ja liebe leute wie geht es euch an diesem brisanten tag mit meinen ehrengästen das ist euer auftritt ist die kamera geschäpst hinter der kamera werden reime aufgerufen setze zum reimen aufgerufen und die die vor der kamera sitzen müssen dann den reimen auf finden ich bin auf dem spielplatz mit meinem ball du kommst drüber und ich schieße dich ins all ich laufe durch die u-bahn gassen und fangen an dich zu hassen ich laufe durch die u-bahn gassen und bin mir was am essen holen auf einmal treffe ich meinen freund aus polen die wollen vierzeiler glaube ich haben der punkt geht an peter digger helft mir zu sehen mein nachbar namens jens schreit wieder rum verdammt normal ich bin ich hier in der villa kunterbunt das reimt sich nicht da schreit hier rum villa kunterbunt schon lange ist her ich war nicht mehr beim friseur und trotzdem passiert mir immer wieder das malhör sohn tag 13 nur ist die heute fußball spielen danach bin ich auf die gasse und bin am deal ja das ist deine rubrik ich bin überall ganz kurz ich finde es möglich hä jetzt zieh dir die hosen aus was ist mit dem hier was soll das denn lieber nicht machen lieber nicht ok sorry ich bin beim juwelier und kaufe eine uhr ich weiß nicht von welcher marke ich bin unterwegs mit meinem guten kollege halber von flake kennst du nicht halber von flake kennst du nicht halber von flake kennst du nicht halber von flake den musst du doch kennen gerade die woche hatten wir noch das thema wer ist der kumpel von bert hat kenn ich nicht achso schmach nur achso flake von wiki wiki ja richtig ok hast du recht ja ist ja gut mann ey rechts ab daumen nach oben wenn wir nico seine lines nehmen sollen und im studio bei a7 in track daraus machen sollen daumen nach oben in den meisten fällen sorry in den meisten fällen filme ich nur in full hd und mit der kreditkarte ziehe ich den weißen schnee ha der war auch gut na gut soll das hier alles ein bisschen verkauft sind ja das ist nicht passiert ne ich mach die kamera an und dreh ein neues video für meinen kanal währenddessen trage ich diverse ketten von kasal ey Junge es macht keinen sinn was ist kasal wer ist denn kasal in fake shirts rumzusetzen ist ja wohl oberarm in fake shirts rumzusetzen ist ja wohl oberarm schön wiederholt meine seien sind total lang ich bin im bart und rasiere mein bart laufen durch die city die leute verwechseln mich mit mario bart jetzt bitte schnell bitte schnell alles klar digger weiber finden meinen abarat digger alter heftige line digger weiber finden meinen meinen teil digger also digger reimt sich auf digger wirklich aus dem ausgang hammer ja ich bin im gym und sehe eine heiße frau dann geh ich zu ihr rüber und sag hey du coole sau sorry geile ihr wischt mich wie ich ihre unterrische klau alter bin im gym und sehe eine heiße frau ich gehe hin mit der kapuze nachts durch die hut und tanze mich immer mal wieder kaputt ich gucke mir den teppich an und denke mir mann ist der verseucht und am ende meine videos kommt nur und dann um ehrlich zu sein ich hab selten so eine scheiße gehört ja es ist also es ist so sie stand wahrscheinlich tierisch unter druck und deswegen haben sie nicht so liefern können in dem moment vielleicht kann sein wir sitzen hier so ganz ganz easy peasy und machen nur einen auf cool ne aber irgendwie ja also von daher ist egal Lothar Matthäus hat übrigens wieder angerufen ach guck mal hier wir sagen cheerio miss sophie bis zum nächsten mal und ich sag dann müssen wir jetzt erstmal das Auto spielen ne ist ja klar ansonsten geht ja gar nichts hier ja klar er kann die polizei klopfen an die Tür wieso würde ich sagen scheiße ja ja du könntest da mal rumdrehen dass man sieht was hier los ist ja wir werden ja gerade observiert wir werden observiert genau festgenommen oder verhaftet wir kommen gleich einen moment ja wir kommen gleich wir sind sofort da so so ne noch nicht ganz aber jetzt jetzt gehen wir mal zur polizei wir werden in der wir werden das das